Servus, hier ist wieder euer Stefan und heute noch ein kleines Grundlagenvideo. Ganz am Anfang, wenn ihr im Tutorial angekommen seid, das aber schon gespielt habt, könnt ihr Escape drücken, ins Spielmenü gehen und dann direkt zu New World drücken, um das Intro zu überspringen. So könnt ihr euch ein paar Minuten sparen für die Leute, die das Intro einfach schon mehrmals gesehen haben, gerade in den Betas schon und könnt einfach direkt am nächsten Strand anfangen. Gut, das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Pia Zeich!